So, wir haben ja die Episode 3 letztes Mal abgeschlossen und ich würde dann jetzt gerne mit der Episode 4 starten, ist schon lange überfällig und ich würde sagen, das machen wir dann jetzt auch mal. Also, geht los. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Don't ever touch me again, freak! Let's talk about your superpower. What are you doing here, Mac? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, it's Thelma and Louise. That's Rachel's bracelet! Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, alright? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen. I found pictures of Rachel and Frank. Being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. Actually, I have to say it on German, right? It's a game, in which the decisions affect the history of the game. The following all your deeds and decisions work on the past, the past, the past, the past, the future and the future. Choose a way. So, let's go. A little bit. A little bit. Oh, hi! Schön, euch zu sehen! Ich will gerade gucken, ob der Chat geht. Da das Spiel aber ein Vollbild ist, komme ich nicht aus dem Spiel raus. Es spinnt ein bisschen. Ich wollte nämlich gerade gucken, ob der Chat geht. Ah, da sind die beiden. Sehr bedrückend, die beiden, ne? Ich weiß nicht. Ich bin glücklich, dass wir uns sind. Es war schön, dass du mir leitst. Das sind mehr als meine andere Freunde haben. Und du hast sogar geschrieben, auf dem cool Parchment-Papier. So, Max. So pretentious. Aber ich liebe es schreiben, wie ein Englisch-Poeter. Du wirst die besten Stationerie. Wahrscheinlich leichter zu schreiben, als mich zu besuchen. Ich meine nicht in eine witzige Weise. Nicht total. Und du hast wahrscheinlich versucht, zu vermeiden wunderschöne Gespräche wie diese. Beg die besten? Ich bin ja nicht. Und die größte, was du kannst, ist mich wie ein Baby. Ich will immer noch schlafen und sprechen mit meinem Freund. Kannst du uns zuhören? Das ist wirklich die beste Sicht des Sonnensensatz. Was hat die Fotografie von der Saison? Die Golden Hour. See? Without you here, I'd have no clue. I bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Okay. What's going on? Matt doesn't show my mouse? Yes. Let's go to the sofa. I love him. We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Oh, Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Okay. Welches vermisste Mädchen? What, what missing girl? I don't know her name. I just read about it in the news. I feel bad for her family. This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Hmm. Glaubst du? You don't even know. Listen, Chloe. I'm sorry I haven't been out to see you more. I was wrong. You're my best friend. Max. Thanks for coming out to see me. You're, you're doing awesome. I don't think so. Um, my, my nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word. No offense. None taken. Wie brav sie auf einmal ist. Ei, ei, ei. Irgendwie gefällt mir das auf Englisch besser. Ich glaub, ich lass das auch so. Ich glaub, das lass ich... Oh, guck dir die Wale an. Guck's dir an. Und der Leuchtturm. Ah, geht, gut. Ah, geht. Es ist ein ziemlich high-tech Lair. Es fühlt sich wie eine high-tech Celle. Aber ich bin Glück, dass meine Eltern Buster haben, um mich zu beurteilen. Ich weiß, dass es für sie schwierig ist. Sie sind dankbar, dass du mit ihnen hier bist. Genau. Es ist auch wenn sie nicht nur ein Gelegenheit machen können. Manchmal fühle ich mich wie ein totaler Teenager-Brett, nur um ihnen zu geben, um mich zu schreien. Manchmal fühle ich mich. Cody, du bist eine großartige Daughter. Du bist so nett und sensibel. Wenn du nicht überhaupt musst, bist du. Ich glaube, ich habe immer noch meine Rage. Es ist auch wenn eine Nurse hat, wenn ich eine Dumpf mache, um sie zu schreien, um mich zu schreien. Oder wenn die Doktor mich um, wie ich eine Science-Mall war. Ich kann nicht sogar vorstellen. Aber du bist immer fantastisch. Du hast immer schon seitdem wir waren. So, dann wollen wir mal kurz gucken. Schauen wir uns doch mal um hier. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist der Wasserbecher. Okay. Da ist ein Armband. Was ist das hier? Ansehen. Ja, stimmt. Ansehen. Ja, als wenn die sich Katzenvideos ansieht. Da ist das Toilettenschild. Okay. Ja, mit Beatmungsgerät, ne? Wieder wie was aus. Das ist so untypisch, ne? Hey, hey, hey. Na, sie hat einen Stuhl genau so. Na, Infusionen? Okay, wir geben ihm mal Wasser. Ja, ich bin ein Pod und ein Cast. Boring. Ouch. Es war nur ein Gedan. Ich weiß, du bist nur zu helfen. Also, ich weiß, du bist nur ein Gewinn. Du bist nur ein Glaner. Du bist nur ein Gedanzt. Du bist auch so, wir waren Kinder. Wir waren Kinder in der Herzen. Was ist das? Was ist das? Wir wissen, wie wir uns als Kinder? Wir alle haben unterschiedliche Melons. Ich finde uns als kleinen Piraten, um und nachher zu über die Arcaidien. Wir, auch. Aber wir sind immer Piraten in unserer eigenen Weise. Ja, genau. Schau dir mich aus. Chloe aus der Karribein. Welche Freunde? Gets in what? The accident has been so hard on them. Our insurance sucks and the medical bills are fucking insane. Kunze Pitsan? You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I do one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? Uh, I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Chris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when you watch me. I remember, Max. I swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Okay. Naja, das sollte wahrscheinlich... Lesen. Was stand da? Piraten an die Macht. Okay. Das schon mal nicht. So, DVD rein. So. Okay. I know what I am and I have. Duat, 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 duatがater. I have to ordinate flamm sprawd award ーれんーメフトだよ. Okay, awesome. But, you know I am, Dr. Jessica, please� Relief. What do you Branjaminau with a ==== I am really thinking about you. All this is so? I'm not gonna stop you. fully чист me up boil. Normal usuallyäl italien, laid out of my stomach, I love you and of course Okay. Ich habe doch eigentlich schlafen, ja. Ich kann nicht glauben, dass Sie so schnell schlafen sind. Wie schreitst du dich? Ich weiß, dass du mit mir geblieben bist. Und Bladerunner ist ein ziemlich drümmes Film zu sehen. Und du denkst, dass Deckard ein Replikant ist? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck. I'm getting my regular head pains. Can you please go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. I'm a pirate, right? I'm on it, Chloe. Na gut. Wir sollen ins Badezimmer? Dann gucken wir mal. Man, Joyce und William haben ein ganz neues Badezimmer für Chloe gebaut. Sie sind so großartig. Da nicht. Man muss wohl hier raus. Was hat sie gesagt? Wo ist das drin? Oben im Regal? Ehm. Zapp. Ah. Warte dir hier. Meine Tür steht immer offen. Oh, sie sind jetzt beste Freunde, ja? Oh, sie sind jetzt beste Freunde, ja? Ach, wir haben ja noch mehr Post. Ah. Oh. Okay. Oh. Oh, die Pflanze. Wollt ich, ist wahrscheinlich schon tot. Jut. Ähm. Was hast du gesagt? Im Badezimmer, ne? Wo war denn ihr Badezimmer? Ne, hier nicht. Da geht's raus. Ansehen. Das ist ihr altes Bad. Da ist Bad, ne? Jo. Können wir hier irgendwie, ja, nicht da machen. Suchen. Die andere Seite. Können wir mal gucken, was für noch so schöne Szenen hier? Nichts hier. Ja, wir haben es ja schon gefunden. Wir gehen jetzt einfach mal runter. Sie braucht es. Ah, ne, link. Nicht rechts. Da sitzt der Vater. Da sitzt der Vater. Äh, aufmachen. Sieht fast aus wie Garage. Gebaut oder so. Oh, ja. Oh, ja. Okay, ich will. Okay, ich will. Aber du hast mich auf einen guten Tag gewonnen. Max, ich bin so glücklich, dass ich sogar mit dir bin. Ich bin so mushy. Ich bin schon hoch. Du bist so schön. Willst du noch etwas anderes? Um, stop mich, wenn ich zu emo bin. Aber du kannst du einen der Fotos-Albums da? Ich würde gerne ein paar alte Bilder von uns, wenn wir Kinder haben. Bitte, meine Diäre ist wie Emo-Ground-Zero. Plus Max Caulfield hat keine Fotos mit Chloe Price. Ever. Ähm... Wo ist die Fotos-Album? Hier? Ah, da. Äh, nee. Ansehen. Dann nehmen wir das mal mit. Was haben wir da noch drin? Wow, Sir. Chloe war ein straight A-Student. Sie könnte zu irgendeinem College gehen. Jo. Was ist denn denn da schönes? 1, 1, 1, 1, 1. Joa. Und guck mal, was steht denn da schönes. Sehr geehrter Mr. Price. Als Direktor stehe ich ihren zahlreichen Anfragen zu Chloes besonderen Ansprüchen bezüglich ihres Rollstuhls und der Barrierefreiheit etc. wohlwollend gegenüber. Blackwell ist stolz darauf, dass Schüler mit Behinderung vollständige Konformität mit dem Behindertengesetz erwarten können. Allerdings wurden Campus und Schulgebäude vor 1977 errichtet und sind noch nicht den modernen Renovierungen unterzogen worden, die zur Erfüllung der Bedürfnisse ihrer Tochter und ihres bedauernswerten Zustandes nötig sind. Unglücklicherweise machen die jüngsten und beklagungswerten Budgetkürzungen in der Bildung viel mehr Spender erforderlich, um die Blackwell-Akademie auf den neuesten Stand zu bringen. Aber dieser Tag wird kommen. Chloe ist zweifellos eine unglaubliche Schülerin und hat dort ihres Handicaps großes Potenzial. Ich glaube, sie würde das Miss-Kartonik-Institut in Bolton als passendere und bereichernde schulische Umgebung empfinden. Das Institut verfügt über eine lange Liste an Absolventen mit Behinderung. Und ich weiß, dass Chloe dort ihre akademischen Ganzleistungen in einem angenehmen Umfeld fortsetzen kann. Angesichts ihrer hervorragenden Notendurchschnitts besteht kein Zweifel, dass Miss-Kartonik Chloe mit offenen Armen empfangen würde. Ich hoffe, sie werden diesen Vorschlag ernsthaft in Erwägung ziehen, da ich sicher bin, ihre Tochter würde eine Schule bevorzugen, die ihren vielen Bedürfnissen gerecht wird. Ich füge ebenfalls Broschüren anderer potenzieller Schulen in Erwägung hinzu. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte mein Sekretariat. Ja, der Direktste. Hm. Ist natürlich nicht so schön, ne? Ja, eigentlich hätten wir sie gerne, aber geht leider nicht. So, dann schauen wir uns mal Fotos an. Okay. 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 Oh, mein Gott. Look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a time out. And you laughed at him. My dad would have banished me. Ah. Alles klar, Seite umblättern. Wow, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Babe when we had the chance. There is still time for you. Das ist übrigens gerade Kaffee, was ihr hört. So. Nächste Seite. So. Nächste Seite. Maybe I could... Maybe I could... Listen, Max. My respiratory system is failing and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along. And I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. You understand? Yes. I do. All you have to do is crank up the IV to 11. Oh wow. Yeah. Ich weiß nicht. Max, you were there for your friend. No matter what. Now I'm asking you to help me the same way. I want to help you, Chloe, but... I... I think my help is hurting. At least you have a choice. When you want to make a decision, you can just do it. Look at me. I'm at the mercy of everybody. For once. I want to make my own choice. The most important one of my life. Please. Help me, Max. Ah, schwierige Entscheidung, ne? Was soll man machen? Was soll man machen? Ich weiß halt nicht. Können wir danach nochmal zurückdrehen? Oder verweigern wir? Ich mein, Beihilfe, ne? Komm, wir gucken, wie es wird. Chloe... Ich werde nur... ...dreffen zu schlafen. Sie träumen von uns hier zusammen. Immer wieder. ... Guten Morgen, Jasmin. Ja, ich nutze die Woche, um... ...spiele, die ich angefangen habe, zu beenden. Danke dir so sehr. Ich bin so stolz von dir, für deine Träume zu folgen. Lass mich nicht. Never. Ich liebe dich, Max. See, Laura. Zuerst, als du denkst... Ja, das ist eine böse Stelle. Ich bin froh, Willi. So, dann gucken wir mal. Na? War doch gerade schon scharf. War doch gerade schon scharf, glaube ich. War doch gerade schon scharf, glaube ich. So. War doch gerade schon scharf. Hey, honey. Was? Oh, ich wusste nicht, dass du die Zoffer musst. Natürlich, die Zoffer habe ich mir. Verbra! Wo habe ich meine Basini? Das ist eine Dollar für die Zoffer. Du meinst du für die Ausgleiche, Bond? Aha! Du kannst mich nicht immer wieder weg. Und keine Chloé und Max-Wine-Basen. Dad! Nicht schlafen, denn heute deine Mutter hat die Welt-Famuse Salmon-Supprised mit Chocolat-Cakes für Dessert. Max, du bist auch, oder? Sie ist niemals zu uns. Das macht alles. Max you are being so fucking strange Like you're never gonna see us again Chloe I'm so sorry I tried to make things different for you I did try I'm sorry I don't know exactly what you're talking about But come on You have made things different Like my whole life You're my best friend I've got you and a great family What's to be sorry for? We'll be best friends forever And when we grow up We're taking over the world Listen Whatever happens I want you to be strong Even if you feel like I wasn't there for you Because I will never abandon you Chloe I'll always have your back Always Da haben wir wieder alles geändert You're running sterile All set First I've been looking for you I'll be burried For the first Love you Untertitelung des ZDF, 2020 Da sind wir wieder Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, dann stehen wir auf Na gut, wollen wir mal Untersuchen So close, yet so far away We have to do three main things Right Uh, what things? One, decipher Frank's logbook Two, get Nathan's phone To find out where he's been during the Vortex Club Parties with Kate and Rachel And see whatever hidden shit he's got In his messages Three, beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank Nathan and the Dark Room Too bad I don't have a gun anymore Yes, that's the solution We'll have to do this on our own Dude, at least let me kick his ass Then rewind Fine, whatevs It's your power Which I can't waste on shit like that Well, Blackwell would be in big trouble You didn't even let me take that money to pay Frank off And I'm glad We have to be better than that I know You should get busy in the garage To see what dirt you can dig up I'm gonna cyberstalk some names And see where that leads Or to who Then be careful of Stepcrack He's not gonna be a happy camper After you reamed him yesterday And Mom is giving him the boot I'm on it, partner So I can't abuse this level of my rewind power It's way too dangerous And I need to navigate the present Without messing up the past So, let's go in the garage So Oh yeah You won this battle, Max You broke up my family I salute you David I didn't try to hurt you Ever But I won't let anybody hurt Chloe Too late, isn't it? You just Better be damn careful with her Don't you wander off into the dark Guten Morgen, Medusa Ich hoffe, du hast gut geschlafen So Er ist gerade weg Yep Locked from the other side Oh Jetzt muss ich mal zurück Was steht da Ich hab hier sicher nicht meine Nummer Gehen alle zusammen Ja Okay Zurück Oh, wir haben Oh Gott, wir haben ja Nachrichten Oh, wir haben ja Nachrichten Oh, wir haben ja Nachrichten ohne Ende Papa Justin Mama Unbekannte Nummer Ey Oh, ist aber nett Was Weißt du, hast viel durchgemacht Oh, die Beerdigung ist Stimmt, wir konnten sie ja nicht retten Ja, soweit Ne Ich mach ja Diese Woche ist ja Testwoche Ich such ja Buch Mal ein bisschen Morgenstream Ja, dann gucken wir mal Gehen wir nochmal alles durch Ansehen Danke für Ihre Hilfe mit Nathan Ich weiß die Geste zu schätzen Mhm Waffenschrank Oh, der wird wahrscheinlich Bewaffnet sein Oh, jeez David is packing up wedding stuff too Ja There is more to David Madsen than meets the eye He should finish this letter to Joyce Joyce Meine Frau Meine Frau und Partnerin Und ich weiß, wir sollten keine Geheimnisse voneinander haben Ich wollte dir alles erzählen, aber nicht ohne Beweise Stattdessen Beging eine Schülerin Unter meiner Aufsicht Selbstmord Du warst mich aus dem Haus Und meine Stiefvater hasst mich Bitte lass mich Ja, weiter geht's nicht Weiter hat er nicht geschrieben Gibt's jetzt hier was Neues E-Mail-Ehren sehen Lesen Zum neuen Campus Überwachungssystem besprochen Informierte Mrs. Grant mich darüber Dass ihre Petition nur eine Möglichkeit Des Protestes von mehreren ist Während wir eine neue Ära der Sicherheit In Blackwell einläuten Müssen wir einen Mittelweg zwischen Sicherheit Und Privatsphäre Für unsere Schule finden Ja, er wollte ja überall Kameras Was? Ich brauchte keine Überwachungskamera Um diese Aufregung kommen zu sehen Mhm Ich wollte sie bloß wissen lassen Dass das, was mit ihnen passiert ist Totaler Schwachsinn ist An dieser Schule sind zu viele Metrosexuelle, liberale Idioten Die sie und das Militär Nicht zu würdigen wissen Ich fühlte mich in Wohnheit sicher Als sie Sicherheitschef waren Und ich dachte Ich stehe unter ihrem Schutz Ich hoffe, sie kehren bald zurück Und wir leisten wieder Unsere Sicherheit bei Nacht Diese Schule macht mir Angst Okay Was haben wir hier? Mich für meinen gestrigen Ausbruch nehmen Ich war wütend Meine Stellung in Blackwell Ohne eine umfassende Untersuchung Von Fakten Und ausschließlich Aufgrund einer Anschuldung Nicht vertrauenswürdiger Schüler Zu verlieren Ein Krebsschwert In der Blackwell-Akadonie Und ohne mich Wird er sich ausbreiten Ja, der hat Der wusste schon Was da los ist Ne, das tut er nicht Glaube ich nicht Flyer End-of-the-world-party Na, haben wir hier noch Irgendwo was Schließfach Benutzen Benutzen Ach Gott Ja, wir haben kein Code Hatte der ja nicht Irgendwo Werkzeug hier Hier war doch irgendwo Werkzeug Brechstange Da Nehmen Jetzt werden wir rabiat Brechstange Blackwell-Pack-Platz Sie weiß etwas Mhm Was haben wir hier Äh Koordinaten Okay, die lese ich jetzt nicht vor Ah, die Prügelei Das ist Auto Und das Bild von mir Hm Alles klar Alles klar Es ist unglaublich Wie viel Drama Das Lebensraum hat Ohi Guck mal Die Flecken auf dem Boden Alter Wie sieht es denn hier aus Ah, da sind nur Fetzen Hier ist aber ein ganzes Foto gesehen, ne Schauen wir mal Was steht denn da drauf Äh, Öko-Apokalypse Ja komm Das lesen wir jetzt nicht vor So Notiz Hotelblock Hotelblock Joa Naja Sollen wir uns auch mal anschauen Was er sich angesehen hat Das sind alles Bilder von Chloe Sollen wir uns auch mal anschauen Are you ready yet? I have to get back to my dorm Are we happy? Very happy I hit the secret file jackpot Kate, Nathan and Rachel Plus some location coordinates David is like a one man surveillance army Now let's get the hell out of here before we get busted Now let's go find out what Nathan is hiding in his room We have to be extra careful Max Now it's time for Nathan Prescott to be afraid of us Oh, das ist mal eine Ansage So, das ist mal ausgeschnitten Oh, oh Da stehen ja genau die richtigen beiden zusammen Hey Max How are you doing? Oh, hi Mr. Jefferson I'm okay Um, and this is my friend Chloe Yeah Chloe Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school It's a long story In actual files here I can imagine Max, are you sure that you're alright? It's weird just Being on campus like everything's normal I know Lame as it sounds Life has to go on I think there's too much going on in my life On that note Blackwell duty calls Remember I'm going to announce the winner of the everyday heroes contest tonight at the party So I hope you'll be there to celebrate Even though I'm sorry you didn't enter a photo I understand your reasons You can't force an artist to work I feel like a total loser But it's been a hard week to focus No pun intended I'm proud of you for caring so much about a troubled friend And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way Just get in the habit of putting your work out there Thanks, Mr. Jefferson I'll definitely be there tonight Me too I'll be Max's date You better dance with us at least once Nobody should have to see me dance Plus You don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids I have some pride Be seeing you Yes, you will Hot floor teacher Rose You're out of control Not yet Just wait until the rager tonight Shut up Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool I'm so ignorant Fine Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin I haven't talked to him in a while Now that is a great plan Let's see if I can find out where Nathan is So, then quatschen wir mit allen Geht mal zu dem jungen Mann hier Poor Daniel Looks like he needs a hug Hey Daniel You look bummed out Are you alright? Hola, Max I just figured out that my photos basically suck I'm a wannabe artist You're not here to be a photographer That's my gig Look at that sketch you did of me Incredible And that's your art Your gift I do feel better now You are good, Max Hmm By the way Have you seen Nathan Prescott? Oh, I heard a rumor He's actually suspended Yeah, but He's still gotta be on campus That explains why he looks so pissed off When I saw him leaving campus a few moments ago Okay Are you going to the end of the world party tonight? It will be if I go, man People here push me in the lockers Not dance floors Ach, come, go to the party That's exactly why you should go to that party We have to stand up to these Blackwell bullies for Kate You won't be alone, Daniel Not with you to back me up, Max Dammit I will go to the party like it is the end of the world Okay, maybe I won't go But I like this revolutionary Daniel DaCosta Only if I can start the revolution from my sketchbook, Max Let's talk later Okay, Daniel Good Nathan is not around I should go back to Chloe Oh, what is it? There he is Justin It's been so long since I've seen you Because you're way too cool for us now, Chloe Let's see The coast is clear It would be so cool if you and me were going to school here together But now you can have Mr. Jefferson all to yourself Ugh, you suck Now let's get into Blackwell ninja mode Let's get into Blackwell ninja mode Ah, let's get into Blackwell ninja mode Let's go look at the game Let's go play the game Oh, whoah What is this? Ja, wie wär's mit auf der Karte gucken, ne? So, sie kann sich, kann sie sich jetzt bewegen? Ja. Können wir nochmal was lesen? Who needs a dorm map anyway? At least I can see that Nathan isn't in room 106 or 108. Ich lese das jetzt nicht, die alle Zora. Ach, du lieber Himmel. Ach du lieber, oje, oje. Guckt euch diese Karte an. Ansehen? Was haben wir da? Who would steal catpicks? 15. September wurde mein Rucksack mit allen Schuhen übrig. Achso, das haben wir bei den Frauenzimmers schon mal gelesen. So, dann gucken wir mal. Oh, da ist Toilettenpapier. Hm. Oh, da gehen wir nicht rein. Was ist da? Oh, das ist das. Da steht Hayden, ne? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal da rein, der ist ja nicht da, ne? Ja, Zimmer ist geschlossen. Jetzt nicht mehr. Okay, direkt den Projektor an. Now I need to find Nathans phone or anything with clues. Ich baue auch mit, aber ich versuche einen gut ein. Je noch Teenager anhalt. Okay. Oh, Chloe. Na dann, dann gucken wir mal, was der junge Mann hier so hat. Guten Morgen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen, Bruno Fleck. Hier geht's gut. Da oben ist der Projektor. Was hat der denn sonst noch Schönes? Naja. Wer's mag? Das ist so, Chloe. Was? Wir müssen reden. Okay. Oh mein Gott. Chloe. Oh, Chloe. Ja. Sie hat auch schon Bekanntschaft mit dem Black Room gemacht. Ich glaube nicht, dass ein Buch die Prescott's guckt kann. Wie heißt das Ding? Aggressionsbewältigung für Teenager und Eltern. Jawohl. Das... Ne, wir machen jetzt keine Musik an. Das muss sein, das Lamp, die Chloe verbruchte, als Nathan sie verbruchte. Ah, Physio ist auch eine gute Idee. Da muss ich auch mal wieder hin. So. Was haben wir sonst noch hier? Tabletten. Ich glaube nicht, dass diese Prescription geholfen hat, Nathan. Hoppala. Was haben wir da? Ansehen. Ansehen. Das ist doch bestimmt gesichert. Hey, meine Hübsche. Sag mir, was du heute Abend zum Wottetganz siehst, damit ich genauso stylisch und teuer gekleid sein kann. Voll scharf drauf und sammle nachher noch fette Partygeschenke ein. Ich habe meinen Alten gesagt, er soll die Bullen fernhalten, damit wir in Ruhe feiern können. Wenn wir schon den Weltuntergang feiern, dann richtig, oder? Okay. Kate lässt es krachen. Ja, das ist das Video, ne? Oh, Mann. Sean Prescott might be Nathan's real problem. Weißt du, diese Woche war anstrengend für dich und deine Mutter und ich sind immer noch für dich da, wenn du reden willst. Lass dir einfach einen Termin geben. Deine Mutter will, dass Dr. Bill nach seiner Buchtour vorbeikommt, aber für den Moment bleiben wir bei den Medikamenten. Während der Entwicklung von Pan Estate brauche ich einen besonderen, ruhigen Sohn. Ich weiß, ein Fresskott zu sein ist eine Last und ich werde dich Schritt für Schritt vorbereiten wie mein Vater vor mir. Es war schwer, als mein Vater mir die Augen für mein Schicksal öffnete, aber eines Tages wirst du mir danken. Mach dir keine Gedanken um Blackwell. Es wird Zeit, dass wir dieser verschissenen Stadt einen Eindruck verpassen. Ich will, dass du bereit bist, wenn der richtige Moment kommt. Vermassel ist nicht so. Ist ja gar kein Gedruck, ne? Achso, das ist jetzt hier die Mail von seiner... von seiner Schwester. Alles klar? Ich möchte mich für die vor kurzem geäußerte Anschuldigung entschuldigen. Ihr Name und ihre Zeugnisse sprechen für sich selbst. Manchmal wollen andere Schüler dies ausnutzen, um sich selbst einen Namen in Blackwell zu machen. Ich weiß, ihr Vater war aufgebracht, aber ich versicherte ihnen, dass sie niemals eine Waffe mit in die Schule bringen würden. Ja, nee, ist klar. Haben wir am Anfang gesehen in Staffel 1, ne? Ich möchte sie nicht vom Unterricht ablenken und bin sicher, diese Angelegenheit wird bis Ende der Woche aus der Welt geschafft. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Joa. Was ist da unten? Wahrscheinlich irgendwie ein Geschenk, ne? Videos. Ich glaube, ihm tut das leid. Ich glaube, ihm tut das leid. Ich glaube, ihm tut das leid. Was ist das für ein Poster? Gut. Jetzt haben wir alles durchgeguckt, oder? Schublade hat man reingeschaut. Da auch. Ach, der Projektor. Ansehen. Da. Ja. Ich würde cool sein, wenn diesen High-Tech-Projektor zu haben. Komm, geh mal raus. Haben wir eigentlich nichts gefunden, ne? Nö. Nein, lass uns mal. Ja, komm, lass das gehen. Ich bin immer noch nicht fertig. Habe ich irgendwas ver... übersehen? Ansehen. Hallo, Warrens Room. Hawking und ihm machen eine gute Team. Was steht da? Poor Warren. This is the work of Nathan. He's so lucky, I'm a pacifist. Mhm. Alles klar. Wollen wir mal schauen. Ah, sorry, Kate. Muss ich wohl doch nochmal rein, wa? Habe ich irgendwas übersehen? Ach, die Kratzspuren. Ah, bewegen wir mal das Sofa. Ach, guck mal, guck mal. Oh, ja, kleine Telefon. Du bist jetzt meine. Ich glaube, jetzt... Jetzt habe ich Nathans Telefon, damit ich es dir zeigen kann, ich kann es dir zu Chloe. Oder bevor Nathan zurückkommt. Nee, wir wollen das jetzt nicht überspringen. Wir wollen... Jetzt kann ihr aber zu Chloe. Jetzt reagiert sie, oder? Oh, ja. 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 Ja, Max, du bist endlich zurück. Ich bin Angst. Also, was hast du gefunden? Seine room war clean und... ...creepie. Check this out. Boom, Nathan. Wir haben dich über die Balls, fucker. Was machst du in meinem dorm? Norm. Du bist so ein nosiger B****, Max. Talk right there, Nathan. Make me hoe. Jetzt gibt es, aber... Max, ich habe das. Get the fuck out of my face. You are so fucking dead. Get off me, bro. Mmh. Kommen wir halt nicht mehr auf. You're all fucked. You're all fucked. He owns you. Hey, hey, hey. Was ein Chambon. Even if Nathan definitely deserved a beating. We should try to be better than that. Hmm. Hey, hey, hey. Sehr unangenehm, Herr Gisela. Damn. That was intense. Warren. Thank you so much. For what? For headbutting Nathan Prescott. Was awesome. I don't know. I almost went crazy there. Like Nathan. You're not anything like him. Good to know. So where are you going? I better stick with you guys. Just in case you need me to get my Hulk on again. Or should I call the cops on Nathan? No police. Not yet. Uh, so maybe you better, uh, Warren, me and Max have to do this on our own. No offense. It's cool. Whatever I can do to help. What you can do is find out anything you can about Nathan's father. I'm on it. I'm on it. Between the snow and eclipse. I'm assuming the apocalypse is around the corner. And thank you. Seriously. I'll call you later. You better. I'm feeling pretty alpha now. Yes. You are. Man, that guy is so fucking in love with you. I know. He really did give a serious beatdown to Nathan. It was a little scary to watch him do that. Now let's make a date with Frank. Will he even answer you? Frank always answer, when he wants money. Like I said, Frank wants to see me right now. Let's not keep him waiting. Ah, I'm really excited. Hmm. Ah, that's really nice, that's the game, right? Schön gestalt. I have to make the first one. Du, glaubst du, davon zulegen. Da sind wir. So, Kaffee, bevor er kalt wird. Ah. I still had a gun. Yes, the chance for gunplay would just about even be odds here. Frank would scare better. He's a pussy. Besides, if I take him out, you can just rewind. Chloe, do not count on my rewind. Seriously. After Kate, I feel like every time I do, it might be the last. There's no way we could have guessed this is what would happen to us when we grow up. I'm looking forward to the day when we can just go on a road trip to Portland. Fuck yeah. Fuck yeah. Fuck yeah. You, me, and Rachel. Absolutely. So, let's play this cool, okay? Just talk to Frank so we can get that code for the book from him. That's all. Got it. No dicking around. Let's roll. Let's roll. Let's roll. Mhm. We're gonna get it done. We're gonna get it done. We're gonna get it done. This is where my nightmare started. Ja, there on the light. We're gonna get it done. We're gonna get it done. I don't think so. Oh, what's have we done? It blows my mind that I was just here with Chloe in an alternate reality. Good thing there are no actual cops around the buss us. Stimmt, die waren sie ja erst mit dem Rollstuhl, ne? So, wie hier, Flaschen. Behold, Frank's beer garden. Mhm. Beer garden. Take the trash out sometime, dude. This is where Frank ponders his existence. And gets drunk. Oh, look. No? Oh, a foot and a half. Oh, fresh meat. So Pompadou must be okay. Good doggy. So, go for a moment. That's a big mess. Look. Oh, look. The Wonder Twins. You should've come alone. She's my partner. Yeah, we're bodyguard. So let's get to business. Where's my fucking money? I... I don't have the money. Yet. Oh, really? Then why did you text me that you did? Because I wanted to tell you in person. Oh, I'm truly touched, Chloe. Now, why are you losers really here? We just want to ask you some questions. You have some serious lady balls. No. Jesus, okay. Okay. But I'm not getting you high. Frank, we're not here to get high. No. You don't look like the type. Not like Chloe here. So what do you hearty boys want? Just the names of some of your clients. Oh, is that all? Oh, well, why didn't you just tell me? Hey, how about I just give you the keys to my RV while I'm at? Ah, I don't understand. You don't get it, man. This is for a good cause. No, man. I do not get it. Especially from a weirdo like you. You know, I hate the way you talk to me. Like you, like you know more than I do. No, no, I'm not. I... Oh, Christ. I hate you, Blackwell. Shit. You expect everything for free. You're not getting any handouts from me. I work for a living, you understand? Yes, Frank. Without those Blackwell shits as customers, you wouldn't have any work at all. Dude, you're a drug dealer. You snobby whores. Don't come into my home and judge me. That's why I go to church. And you want something from me? How about a blade up the ass, huh? Calm down, Frank. Let's just talk. You're not ever telling me what to do. Whoa. Get off of me! Motherfucker! Ja, jetzt sollen wir wieder zurückspulen. Wie war das noch? So? Nee. Blablabla, blablabla, blablabla. So. Und nochmal. Pass auf, was du sagst. Verspringen wir das Ganze mal? Erstmal Tür schließen. Frank, Frank, uh, your dog is kind of scary. Could you please close the RV door? You aim your gun at me, but you're scared of my dog? Half figures. Alles klar, das haben wir schon mal erledigt. Das hatten wir auch schon mal alles. Okay, erstmal tut mir leid sein. Frank, Frank, ich bin so ein Nusant, aber das ist wichtig. Ja, ja, alles ist wichtig, diese Tage. Aber ich kann sagen, du bist mir nicht verletzend. Es gibt keine Zeit, Frank. Ich, ich brauche nur ein bisschen von Informationen. Ja, 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 es beginnt immer nur ein bisschen. Chloe hier weiß alles über das, nicht wahr? Komm Frank, das ist nicht über mich jetzt! Ja, genau, okay. Die beiden sind mir eine Hände. Kein Problem. Frank, wir sind nicht hier gekommen. Das ist so viel größer als uns. Oh ja, du bist nicht hier gekommen. Ein Tag danach, du hast du eine fucking gun auf mich genommen. Ich... Ich bin so sorry über das. Ja, das ist das schlimmste Ding, das ich schon gemacht habe. Und ich habe viele Dinge dumm this week gemacht. Endlich, ich glaube dir. Aber nicht immer eine Hände an jemanden, ohne dass du zu töten. Obwohl du nicht so wie, du zu töten. Ich... Ich versuche nicht zu. Und ich würde niemals abhauen. Ich habe einfach nur... Ich war einfach... Mann, sie hat Angst, okay? Du hast deine Blatt auf mich genommen. Wir waren alle freakten, wir waren alle cool. Wir waren alle cool. Wir waren alle cool. Okay, wir waren cool für jetzt. Aber meine Hände ist nicht. Und wenn du etwas probierst, du wirst du deinen Händen. Du hast schon gemacht. Wir sind nur hier zu sprechen. Ich würde nicht mit deinen Händen. Du wirst nicht mit deinen Händen. Du wirst keine Zeit. Du wirst keine Händen. Du magst? Du magst? Hm... Gab dem Hund einen Knochen? Gerettete Hunde? Oh, das war die fetsche Antwort. Was ist das? Was ist das? Warte... Das ist nicht was... Gerettlich, Frank. Keine Hände. Wir sind nur hier zu finden. Wir sind nur hier für Rachel. Rachel ist nicht hier. Und ich werde dich auf deinen Händen. Was sind die Händen? Was sind die Händen? Sie versuchen, mich zu verbrechen? Diese Zeit... Der Preis ist falsch. Skank. Warte, Frank. Wir sprechen. Wir sprechen nicht immer. Wir sagen, was zu machen. Warten sie... Das ist falsch. Oh, das ist falsch. Keine Händen. Ach, das ist falsch. Hier ist falsch. Es ihr schmunli, ich weiß. Ich weiß nicht. Du beide schon krisch. Was willst? Wir wollen einfach das Code für dein Accountbuch. Jetzt! Ja, okay! Alles klar! Juste, einfach die verdammt gunn. Du hast mich bereits gefangen, okay? Da, jetzt bleib ich allein, okay? Juste, einfach raus aus meiner Leben! Du willst uns eine Ambulanz? Oder... Nein, danke. Ich werde irgendwie nicht mehr mit dem Polizisten. Oh, genau. Wir gehen. Autsch! Ein blutiges Ende. Nein, wir lassen das jetzt. Immer wieder alles ändern. Nein. Chloe. Du bist okay? Sorry, ich... Ich denke, ich denke, Frank in die Hände. Bitte nicht. Du hast uns geholfen. Frank ist Glück. Wir müssen weitergehen. So. Dann fangen wir mal an. Untersuchen. Sammle Informationen zu einem Charakter, in dem du alle richtigen Hinweise auswählst. Für jeden Abschnitt muss eine bestimmte Anzahl... So. Ansehen. Franks Accountbuch. Aber die Klientennamen sind inkryptet. Da. Ach nee. Ansehen. Frank ist für sicher der lokalen Charakter, aber... Ich weiß nicht, dass er sich für ihn verletzt hat. Ich weiß nicht, dass Rachel für ihn verletzt hat. Ich weiß nicht, dass Rachel für ihn verletzt hat. Aber das wird... Was war das? Frank, was du getan hast, war uncool und schieb's nicht auf die Drogen. Du hast mir wirklich Angst gemacht und ich dachte, du kommst nicht wieder runter. So hab ich dich noch nie gesehen. Das nächste Mal wird das letzte Mal gewesen sein. Ich bin Löwe und wir schauen nicht zurück. Mir liegt etwas an dir. Uns. Also müssen wir vielleicht mit der Routine brechen. Mhm. Rott muss stand für Rottweiler. Okay, das teilt ihr den Namen, ne? Was haben wir hier? Warte, Lars, nein, was bin ich? Okay, das ist nochmal ein Liebesbrief von... So weird, wie nah sie waren. Aber Frank couldn't keep Rachel... ...or protect her. Böse Jungs, ne? Maybe Rachel took a road trip with Frank, but... ...she did come back. Ich würde vielleicht sagen, wir nehmen das... ...das aufheben... ...und das. Jawoll, wir haben's. Untersuchen. Okay. 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 Okay, Max. Remember these names and... ...see how Nathan fits in with all this. No? What? Wie war das What? Und... ...is Nathan. Ansehen. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Mhm. Da ist Nathan auf jeden Fall. Einmal. Ansehen. Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains a lot. Ja, sieht so aus, ne? Als wenn sie alle eingekauft hätten bei dem... Warte, ansehen. If Frank applied this kind of detail to his life... ...who am I to talk? Hier ist auch kein What? Hm. Two deals with Nathan on the same day? Party supplies, no doubt. Ich danke dir, dass du da warst. Wünsche dir viel Spaß bei der Fusion, ne? Und bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, die Woche komme ich... ...äh... ...ström ich öfters morgens. Ich muss mal gucken. Vielleicht gibt's morgen dann Stachsel oder so. Aber wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß... ...und schönen Tag, wenn wir uns nicht mehr sehen. Bye, bye. So. Guck mal, hier wird's. Da wird's. Okay. Den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und was sollen wir hier ansehen? Hier ist er nicht drauf. Wow. Rotz. 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 Auswählen. Oh, ja. Diese sind alle die Zeiten und Plätze für Frank und Nathans Begriffe. Das ist es, Max. Ich weiß, dass wir alle diese Pieße zusammen mitnehmen können. Roger das. Ich werde das studieren und versuchen, alle diese Pieße zu verbinden. So. Nächste Runde. David. Okay. Jetzt mal gucken. Oh, jetzt mal, ja. Okay. Dann muss ich in diesem Fall, David hat gut die Kennensteckung. Yes. Hm. Okay, da hat er Dokumentationen über was sie getan haben. Was haben wir hier? Genau, das ist der Bericht über Rachel. Schau an all diese Leisenspläten. Ich hoffe, er war Nathan. Das sind die ganzen Kameras. At least David was finally going after the right suspect. Die ganzen Bilder von Nathan. David really has been on Rachel's ass for a while. She should have been upset. Ich war überrascht, einen unangekündigen Besuch von Rachel Ember zu erhalten. Sie schien sehr aufgebracht und behauptet, folge ihr und fotografiere sie. Stritt dies ab und aufgrund der fragwürgenen Gesellschaft, in der Rachel sich neuerdings aufhebt, war ich nicht sicher, ob ich ihr glauben sollte. Okay. Also das, Bilder von mir. Of course, I'm a suspect. Proving David sucks as a detective. Sorry. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir einmal das, nehmen wir das und das. Okay, Auswahl aufwählen. Dann vielleicht das. Auswählen. Und meine Heizung klopft wieder. Ich hoffe, ihr hört das nicht. So, wir müssen jetzt gucken. Das ist das T-W-N, ne? T-P T-W-N Sehr interessante Autonummern-Schilder, ne? S-X So, das müssen wir mal gucken. Overcompensating, as usual. Mhm. Was haben wir hier? There is Nathan dealing to the kids right out in the open. Mhm. Nächstes Bild. Maybe I should have let Warren beat Nathan's ass down. Just this once. Der Wagen da ist ja von... Ansehen. Das ist definitiv Chloe's car. Die W ist Chloe, okay. Interessant. Ist das Nathan's car? Da war die Lampe ja ganz, ne? Bein. Wow, Sir. Das sieht aus wie eine expensive machine. Das ist Nathan's car. Würde ich sagen, nehmen wir das. Nehmen wir... Das. Und wo war es? Auswählen. Oh, yes. Now we're finally getting somewhere. Chloe, let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. Wir haben noch die dritte Reihe, ne? Nathans Hinweise. Untersuchen. Gucken wir mal. Ansehen. Oh Gott. Durchschnitt 3, 7, 4. Oh Gott. Obwohl, das steht hervorragende Leistung, okay. Ansehen. This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Did he do the same thing to Rachel at another party? Möglich. If there is a dark room, we better find it. It's a good thing, Chloe slipped all these files on her flash drive. Hey, da sind so viele Zahlen drauf. Gucken mal. Simpin. Also für den Fall, dass wir falsch liegen, haben wir hier die Puck. Was haben wir je noch drauf? Oh, so busted. It's good to see, the presscodes can't cover up all their tracks. Mit Bedauern informieren wir sie darüber, dass Nathan Press über den vergangenen Monat hinweg trotz wiederholter Warnungen nach sich für mehrere Störungen des Unterrichts verantwortlich war. Aufgrund eines geschmackslosen Ausbruchs im Misses zur Einführung in die Literatur am Dienstag, dem 17. September, wurden Nathan für den Tag zurück ins Wohnheim geschickt, ohne einen Eintrag in seiner Akten. Nathan verfügt über enormes Potenzial, aber auch über unberechenbare Verhaltensmuster, die eventuell eine Betreuung erfordern, die über Blackwells Kapazitäten hinausgeht. Die Schwule kann diese Störungen nicht tolerieren, also hoffen wir, dass sie diese Angelegenheit mit Nathan diskutieren und ihm die Schwere der Situation bewusst machen können. Einen vollständigen Bericht finden sie in den angehängten Dokumenten. Und da ist das Telefon. Ja, ich denke mal Ansehen Dass wir das auswählen Das auswählen Telefon auswählen Und das Oh Warte mal, Nathan Äh Ja So Ansehen Jetzt müssen wir es nochmal genauer ansehen Ich denke mal, hier wird es keine Hier wird keine Nummer draufsehen Da Ich vermute ganz stark, dass es eingekreiste die Nummer ist Mal gucken, mal ansehen Äh, warte, warte, warte Probier mal Ups Bad Code Alter Code Dann vielleicht den 0058 0058 005 Ah Das übernimmt Ach ja Nein, nur irgendwie Aber easy Ja, denke ich auch Ich meine, das statt ja viermal die Eins Aber ich bezweifle, dass viermal die Eins der Code sein wird Einfach mal gucken Vielleicht, ob irgendeine Zahl Äh Nur 1, 9, 8 Auf dem anderen Zettel vielleicht noch mit drauf ist 4, 4, 3, 6 Hier sieht halt auch dreistellige, ne 2, 0, 5, 4, 2 Probieren wir jetzt einfach mal 0 5 4 2 Jo, jetzt brauchen wir den anderen Code, ne Ansehen Den muss ich mir aber aufschreiben Weil den kann ich so nicht 8 7 8 9 7 8 0 8 USA Mobile Entsperren So 8 7 8 9 7 8 0 8 Oh ja Let's find out what Nathan Prescott has been trying to provide What's up Okay, wer ist das hier? Es geht Weg, bleib weg, Bullen am Strand, okay Entschuldigung Alles klar Ach, keine Hausbesuche Ja, hier, ne Alter, bist du wach? Was willst du? Sehr andere Worte Benimm dich diesmal Ich weiß, wo du schläfst Ja, die anonymen Messages kamen von ihnen Mich nicht auf der Arbeit an Ich habe dir das schon mal gesagt Da ist keine Entschuldigung mehr Ich habe keine Zeit für deine Dummheiten Du willst, dass ich dich wie einen selbstständigen Erwachsenen behandle Beeindrucke mich Nichts wäre mir lieber, als stolz auf dich zu sein Oder stolz auf dich sein zu können Arbeite dran Ja Alles klar Gut, jetzt müssen wir das noch zusammenfügen Juti Was haben wir hier? Ansehen Das ist jetzt hier Genau, das sind jetzt hier die ganzen Daten Die Party war an 4. Oktober war die Party Schauen wir mal, was haben wir hier Das ist der 3. Zehnte 7. Zehnte 1. Zehnte 1. Zehnte 1. Zehnte Ich glaube, das 2. Zehnte Das ist der 3. Zehnte 4. Zehnte 1. Zehnte 1. Zehnte 1. Zehnte Vierter, der ist zu spät, glaube ich. Das ist um fünf. Dreisteste neunte erst. Man muss es wahrscheinlich hier ansehen. Da muss es der hier sein. Warte mal, das hier war, glaube ich, zu früh dann, ne? Ne, der war richtig. Dann war das hier wahrscheinlich. 9.50 Uhr. Das kommt aber hin. 9.50 Uhr. 10.24 Uhr. 10.50 Uhr. Ne, für noch? Ich bin mit der Party. Oh, Moment, jetzt habe ich ausgehört. So, gucken wir noch mal. Achso, muss ich jetzt alle einzeln? Na gut. Ansehen, das hier ist, warte, 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 hier ist der 30. drauf, ne? Ja. Dann machen wir hier einmal den 30. und 1. Auswählen. Na? Ich glaube, wir haben nur auf einem 30. stehen, ne? Äh, 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 äh. Lass mal hier so ein bisschen aussortieren. Ich glaube, die verschwinden dann, ne? Auswählen. So. Bist du 10. Drittel. Das ist auch falsch. Auch nicht. Hier war am 30. Gar nicht so einfach, das rät so. Die anderen waren wesentlich einfacher. Da war er, da. Oh, das hat sich der Prescott-Estate. Poor, rich Nathan. So. Not much out there. Dritten. So, hier ist die Scheune, ne? 10.56. 10.56. 10.56. 10.56. Lass es mal gucken. 5.40. Ne. 3.10 am Morgen. Hier ist nochmal 10.50. 3.50. 11. Was war das hier unten? Was hab ich mir ausgesucht? Die Scheune, ne? Da war er um 10.56. 10.56. 10.56. 10.56. 4.50. 10.56. 10. велich Hotel. Wo ist er denn jetzt? Aus wählen? So, So, this infamous party was the fourth. Was ist das hier? Hier war er... Ne, war er nicht. Und das? Versuch's nochmal. Na gut. So, wir sollen... Warte mal. Aufgaben, ne? Wo war das hier? Da nicht. Oh, wir haben so einige Bilder vergessen, glaube ich. Ich muss die Hinweise... Nächster, nächster, nächster. Kommen wir jetzt wieder ganz zurück, ne? Ich habe auch gar keine Seite davon gelesen. Wie weit kann ich hier eigentlich durchscrollen? Das fängt immer wie wir vorne an, ja? Boing, zwei. Ei! Guten Morgen, Miss. Schön, dass du da bist. Nimm den Kaffee, lass es dir gut gehen. Okay. Okay. Haben wir uns alles nochmal durchgeguckt. So, die Party war um acht. Also. Brauchen wir eigentlich alles, was nach acht Uhr ist. Hier ist falsch. Ansehen. Hier war er auf jeden Fall nochmal. Bei ihm war er. Genau. Einmal dies auswählen. Hast du heute keine Schule? Oder erst später? Nee, das sieht da... Warte mal, was habe ich hier gesagt? 10.24. Aber das war, glaube ich... Nee, wir haben nur 10.50, glaube ich, ne? 11. 13.50, das war vorher. Und da war... Aber mein Dozent, naja, ist... Ah, okay. Nee, ja, das kenne ich wohl früher auch noch. Wolli und Weed. Warte mal. Heben wir die nochmal auf. Ansehen. Nee, das ist... Da. 10.50. Wählen wir die Maus. War das die 10.50? Jo. Auswählen. Gute Morgen, Eisenseele. Na, schön geschlafen. Ansehen. Nee, der nicht. Der auch nicht. Doch, nicht. Da, nein. Da war er um neun. Sechs Uhr. Da war er auch nicht. Was ist hier mit? No doubt that Nathan stays in his dorm room. So, he could be hiding clues there too. Ja, 10.56. So, auswählen. Du versuchst zu arbeiten, während du meinen Stream offen hast? So, so, so. Oh, ich hab's immer noch nicht richtig. Oh, das gibt's nicht. Ich, ich hebe hier mal auf. Ansehen. Ja, aber das könnte, wie gesagt, auch ein bisschen knapp sein, ne? Wenn die sich um 10.50. Ja, dann würde ich glatt sagen, dann kann es ja eigentlich nur noch der sein, ne? Wenn die sich geschrieben haben. Auswahl aufheben. Oh, Gott sei Dank. Achso, ja. Mein Anbieter akzeptiert gerade nichts. Ich bin schockiert. Ich bin schockiert. Wir müssen uns die Polizei callen? F*** das. Du kennst die Polizei hier sind wie Nathan's private security, richtig? Das ist so verletzt. Wie Sie sehen, diese ganze Stadt ist verletzt. Wir können nicht auf jeden Fall. Except uns. Wir müssen uns nach dem Farmhaus gehen. Wir müssen uns selbst gehen. Ich bin Angst, dass du das sagst. Wir können Warren callen, denn er hat Nathan's verletzt. Es ist nur die beiden, niemand anderes. Das ist aber komisch. Ich meine, ich habe zwar gerade was zu klären, weil ich den Namen geändert habe. Mit Paypal, aber das sollte ja... Eigentlich dürfte da trotzdem was drauf gehen. Das schränkt nur meine eigene Benutzung eigentlich ein. Komisch, ne? Oder ich muss mal gucken, was die da geändert haben. Aber wir sind hier. Ich werde den besten Weg finden. Aber eigentlich steht da nur, dass ich damit nicht bezahlen kann in der Zeit. Deswegen, das ist mal eine Lehre, wenn ich nächstes Mal irgendwo einen Account erstelle, dass ich gucke, was ich für einen Namen da eintrage. Weil ich hatte nämlich als Vornamen meinen Spitznamen eingetragen. Und wenn man dann Daten ändern will, und die wollen Papiere von einem haben, hat man das Problem, dass man ja keine Papiere hat, wo der Spitznamen drauf steht. So, da haben wir ja Spuren. Gucken wir uns mal alles an hier. Oh, Eichhörnchen. Oh, Eichhörnchen. Eichhörnchen, ne? Eichhörnchen mit der... Steine, das ist unser Auto. Hier ist nix, glaube ich. Reden wir mal kurz mit ihr. Was haben wir da hinten? Da haben wir noch ein Gebäude und alles. Da ist noch ein Eichhörnchen. Oh nein! Ich habe den Vogel verpasst. Hätte ich bestimmt... Chloe, ich habe die Vorderseite. Ich habe die Vorderseite. Komm schon! Oh, ja! Maximus hat es gesagt. Ich habe die Vorderseite. Ich habe die Vorderseite. Ich habe die Vorderseite. Komm schon, Supermax. Hey, check out this old chest. Ich habe die Vorderseite. Ich habe die Vorderseite. Ich habe die Vorderseite. Ich habe die Vorderseite. Jackpot! Olle Scheiße. Nein, ach, näher. Harry, Aaron, Prescott und Familie verabschieden neue Bibliothek bis zur Akadie Bay. Prescott Industries zerstört die große Öffnung. Prescott-Spring-Bomb-Shelter-Bomb-Bomb-Town. Alles klar. Wir schauen uns da mal um. So, ansehen. Hier ist ein alter Traktor. Hier ist auch noch eine Kiste. Hier ist auch noch eine Kiste. Die Vorderseite waren nur verrückte Bastards. Ach, guck mal von 1903. Sehr geehrter Mr. Linden, ich schreibe Ihnen im Hinblick auf Ihre ausstehenden Schulden, die Sie zu ignorieren beabsichtigen. Die Prescott mögen keine etablierten Geschäftsmänner sein, aber wir sind Geschäftsmänner und erwarten, was uns gehört. Wir fassen Ihr Schweigen als persönliche Beleidigung auf und widmen daher unseren Familiennamen der Eintreibung Ihrer Schulden mit 10% Zinsen und einer schriftlichen Entschuldigung. Wenn diese Bedingungen nicht bis zum 24. Juli im Jahre des Herrn 1903 erfüllt sind, werden wir Ihnen das Leben zur Hölle machen. Ja, sehr sympathische Menschen, ne? Die Spuren hatten wir ja schon, ne? Genau. Gucken wir mal da. Unsere kleine Farm. Ansehen, Knöpfchen. Gucken wir mal, was wir sonst noch hier haben. Weyhafen. Ah, Eier, 14 Cent, Speck 70 Cent, Zucker. Joa, da war es noch günstig, wa? Ist hier irgendwas? Da? Freitag, 13. Oh, Boden. Gucken. Gerne doch. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Oh, wie war das mal? Ich hab das schon mal irgendwo ansehen. Okay, dann hoch da. Alles klar, jetzt wollen wir gucken. Ich glaube, wir müssen noch mal einen höher ziehen. Ah, warte mal. Klettern. Jetzt, jetzt weiß ich, glaube ich. Ah, okay, warte. Warte. Anhängen. Und jetzt. So kann man das auch machen. Okay. Somebody's here. So? Damn, this is heavy. What is this? Jackpot. Do I even need to say how weird this is? He just did. So, können wir jetzt selber laufen? Ja. Dann gehen wir mal gucken. Müsst ihr irgendwas gucken? No. Da nicht. Einmal die Tür ansehen. This is too heavy to break. So I'll need a code. Ah, ansehen. First a padlock, then a digicode. Someone really doesn't want visitors. Probieren wir es mal. Ah, oh. Oh, warte mal. Wir haben ja vorhin Codes auf diesem Zettel gehabt. Warte mal. Der war doch in Rot. Haha. Ja. Ich dachte, das hat nur in den Filmen gearbeitet. Öffne die Sesame. So, wir haben mal eben Kaffee ausgedrücken. Ansehen. Ansehen. Da war Dosenfutter. Ja, die haben wirklich im gleichen Laden eingekauft. Das ist ein Brief. Wow. Das sagt es alles über Nathan. Er braucht Hilfe. Sehr geehrter Herr, Mr. Prescott, nach über fünf Jahren der psychiatrischen Behandlung Nathans habe ich den Eindruck, dass ich die Arbeit mit ihrem Sohn abbrechen muss, da sie meine ziemlich ernsten und unmittelbaren Vorschläge zur Bewahrung seiner Gesundheit und der anderer Personen ignoriert haben. Das Ausmaß von Nathans Problem ist ihnen wohlbewusst, aber ich denke, sie weigern sich, die Rolle zu akzeptieren, die sie in seiner mentalen Gesundheit spielen. Ohne ihre Unterstützung kann ich Nathan nicht behandeln. So ist es ganz einfach. Ich fürchte, er entfernt sich noch weiter von der Realität, auch wenn er umgänglich erscheint. Sie haben meine Bitten um eine Beratungsgespräche in ihrer Frau ignoriert, also muss ich annehmen, dass meine Dienste nicht weiter benötigt werden. Unabhängig davon sorge ich mich um Nathan und glaube, er braucht dringend Hilfe. Wenn sie mit mir über diese Angelegenheit zu sprechen wünschen, bin ich jederzeit zu erreichen. Dr. Jakobi. Ja, ne? Ach, guck mal. Ductape. Ductape in einem Bunker ist immer ein Passwort. Das ist immer ein schlechtes Punkt. Wow. Was ein Fotodrucker. Ich glaube, Nathan braucht den größten Printer in der Welt. Wow. Haben wir noch ein Papier? Oh, das ist eine Scheiße. 1,3 Millionen. Wow. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ja. Man sieht Gott sei Dank nicht zu viel von den Bildern. Oh, das ist noch ein Brief. Guck mal erst mal den an. Oh, ja. Die wir hier nicht erwähnen werden. Eingeschlossen, aber nichts, äh, die Betonung, ne? Aber nichts ist je gut genug für dich. Du bist immer noch mein Sohn und... Pfff. Du bist immer noch mein Sohn und ich will, dass wir unser Schicksal erfüllen. Dieser Tag rückt schneller heran, als dir bewusst ist. Also sei bereit, diese Verantwortung zu schultern. Dies ist meine letzte Warnung. Ja, netter Papa. Ah, nee. Ich will die Notiz erst ansehen. Wow. Was ist passiert zwischen Nathan und seinem Vater? Ich hab dir gesagt, ruf mich nie... Oh, warte. Hoppala. Hab ich da noch einen Wecker drin? Gibt's ja nicht. Kleinen Moment. So. Zack, zack. War wohl doch noch einer drin. Von letzter Woche. So. Ich hab dir gesagt, ruf mich nie von deinem Handy aus an. Nur von der Wegwer... Von den Wegwerfhandys aus, die ich dir gegeben hab. Ich will nicht, dass du meinen Namen öffentlich rauspräsentst, was du idiotischerweise schon mal getan hast. Ich habe all das nicht in die Wege geleitet und meine Weisheit geteilt, damit du es mit deiner nügendlichen Wut versaust. Wir können zusammen eine Menge erreichen, aber du musst dich von mir leiten lassen. Oder du bist auf dich allein gestellt. Benutzen. Mal sehen, was hier drin ist. Oh mein Gott. Nein. Ja. Ein Bild von... Ne? Okay, hier ist ein Schrank. Jo. Ein Ordner mit Kreinchen. Oh mein Gott. Oh, Kate. No, Gott, ich sollte das Basterd back da. Kate war nicht die erste. Alle diese Bindern sind mit anderen Verletzten. Viktoria muss sein sein. Nathan muss sie planen, um sie heute in der Vortex Club. Rachel... Das kann nicht sein. Das sind alle Post-Shots, richtig? Right? Chloe, look at her face. She's out of it. Maybe Nathan paid her a shitload of cash to do this. She probably would have. I don't think so. Why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please. Let's go. Alles klar. Ich danke dir auch. Viel Spaß bei der Besprechung. Rachel... Kate... This picture is framed different. Rachel is awakened. Rachel has passed out. And she has something in her mouth. What happened to her? This shot is so staged. I can't believe it's real. I can't. Gucken wir nochmal ganz kurz hier. Woah. Ja, teure Ausrüstung würde ich meinen. I've never seen so much pricey equipment before. These newspapers are all about Rachel and Kate. Hm. Let's the Zeitungsartikel. Somebody likes their whiskey. Ah. Scheint jemand zu mögen. Oh. Drogen. Nadeln. This must be the crap that Nathan gets from Frank. Needles. Gross. Alles klar. Oh. That's an original sign illustration. Fits perfect in here. Guck给我. Der war's. That ain't gonna happen. Drogen. I love it or not. No, super. Ist dasRecord? What are we trying to do? Needless to know. In here. Ich weiß genau, wo ich bin. Schau, das ist es. Das ist es. Was ist es? Are you gonna help me, Max? Chloe, stop. Look. Please, no. That smell! Rachel! No, Rachel, no, no! Please, not her! Chloe... Rachel, why?! I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. I loved her so much. How can she be dead? What kind of world does this? Who does this? She really bruised me in жизни? What kind of world will we do? But we do both of our way Before the light of men Das ist das Reh. Gott sieht das aus. Die Preskotten haben das vor 100 Jahren gemacht, und niemand wird in meine Richtung kommen. Especially mit Ihrer Hilfe. Right? Ich bin mit Ihnen bis zum Ende, Chloe. Du kennst das. Ah, wir knallen so eine gute Idee. Ah, zwei Munden, ne? Hast du trinkt? Wenn du eine halbe Bier trinkst. Let's go, Max. Hey, hey. Ich weiß, dass es ein schlechtes Moment ist, aber ich habe eine Bilder? Ich habe mich fühlt, dass es eigentlich das Ende des Welt ist, also ich möchte etwas für die Freiheit. Well, ich bin nicht schuldig, Warren. Ich weiß, ich weiß, ich habe eine Schmerzung. Ich habe nur eine Schmerzung, äh... Aktion. Wir haben keine Zeit für diese Schmerzung. Komm, Max. Sorry. Ich wollte nur einen normalen Studenten nach dieser Woche ultraviolenz. Ich habe nie jemanden wie das vorher. Ich war immer derjenige, dass ich meine Arsch gekriegt habe. Hey, wir brauchen noch deine Experten, Hilfe. Wenn du einen Nathan sehenst, mich sofort, okay? Ah, der war wohl doch schon ein bisschen strammer. Okay. Okay, Chloe. Where are you? I hate touching all these clothes. It is kind of nasty. Hallo Stella. Hey Max, willkommen zum Ende des Welt. Willst du mich in ein paar Sachen schauen? Nein, danke Stella. Hast du noch Nathan gesehen? Nein, danke Gott. Dieser Junge creeps mich aus. Warte, einige Frau hat sich gefragt über Nathan bevor du kam in. Warum ist Nathan creeps dich aus? Er sollte, ich will nur deine Grunde. Er ist ein Bulli für eine Sache, und er hat Warren für eine andere. Aber hast du noch einmal auf seine Augen gesehen? Er ist glatt und rief. Ich weiß nicht was. Warum hast du an einer Vortex Club-Party gearbeitet? Ich dachte, du wolltest dich ein Mitglied sein. Scheiße das, ich bin hier für den Job. Wer hat dich da geholfen? Wer hat dich da geholfen? Herr Jefferson fragt mich, weil er weiß, dass ich nicht viel Geld habe, sogar mit meinem Job und der Schöpfung. Ich bin nicht cool genug für diese Schule. Ja, du bist, Stella. Du bist wunderschön, ehrlich, und du bist für Blackwell. Ich hoffe, dass alles aus dem Ende der Fall ist. Danke, Max. Ich mag das wirklich. Hey, dein Gesicht sieht so intensiv. Du bist okay? Nein, ich bin eigentlich nicht okay. Ich muss einfach finden Nathan. Und nicht so nah, wenn du ihn sehen kannst. Alles klar. Na gut, dann gehen wir mal auf die Party. Ich bin ein bisschen im Nachhinein. Ich bin ein bisschen im Nachhinein. Nö, ich bin ein bisschen im Nachhinein. Alles sitzt drüber. Wir müssen Nathan finden und ihn unterbrechen. Okay I know I'm I'm not in party mode tonight. You look like you're on a secret mission. This is where it's going to end for Rachel's sake. Oh, Max, you need a Blackwell play I'm taking Brooke to a Miyazaki show in Portland. If you want to come along the more the merrier Thanks, Daniel. I have to stay on my mission now. I Hope you stay on yours and become a great artist Well, I'll be celebrating someday in a museum next. Adios So, what's next? I hate that scrub and his club Warum bist du dann hier? So why are you here tonight? No homework, boredom, waiting. Have you seen Warren tonight? No, I was talking to Daniel He asked me to go with him to the Portland Art Museum this weekend. Oh That's so sweet I bet Daniel will be a great museum guy. I'm more into science than art, but what kind of a selfish fangirl would Miss a Miyazaki exhibition do not selfish Brooke We're just trying to live your life without all his bullshit Like all of us here. You seem so wise and kind of invincible this week. I think that snow and eclipse gave you superpowers Check to see if you can fly Double moon By the way, did you see that crazy double moon out there earlier Max if I saw a double moon out there I would assume it really was the end of the world. Well, the night is still young Brooke And so are we max so let's plan a drone date next No one seems to know where Nathan is Is he hiding or something Oh my god Oh my god Energy drinks, soda, energy drinks I know somebody has to lose I know somebody has to lose There's Courtney drinking alone Without Taylor or Victoria I wonder why I wonder why I don't know I pay money to see Warren kick it Nathan's ass I just wish someone would kick Nathan's ass I just wish someone would kick Nathan's ass Oh my god Luke I almost didn't see you Max you're the only person I don't mind seeing right now I was looking for Nathan I've avoided almost everybody here tonight Why are you looking for Nathan? Um Um No big deal Really? You look pretty fucking intense Is Nathan bothering you? I have dreams that somebody finally kicks his ass one day Luke sometimes dreams come true Today I saw Warren give Nathan an epic headbutt Yes, give it up for brother Warren Now all we have to do Is drive all these goddamn Prescott vampires out of town Uh huh I think Sean Prescott wants to drive all of us out of town Or into Pan Estate I met him once at a Bigfoot's game Mean fucking bastard Oh man, he explains Nathan Preach it brother Okay, I have to get going Um, thanks for seeing me No, thank you For helping Kate And for keeping it real Peace out Not at all No, thank you I have to open up Another Another Shet One That was too close Thanks, Max Kommen wir jetzt mit die Reh? Ja. Nein, ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzen kann. Nathan, hast du ihn gesehen? Ich weiß wirklich nicht, aber sicherlich in der VIP-Sektion, wie in der New York Club. Danke, Alyssa. Schau dir an dich. Warum, wenn ich Max Caulfield auf meinem Seite habe? Good luck. Gucken wir mal, was ist das hier? Rest Reunion? Ja, stimmt schon. Hm-hm. Gehen wir mal hinten gucken. Oh ja, schöne Toilette. Das ist auch gut, ne? Graffiti. Ich weiß gerade nicht, pinkelst du? Ne. Lass uns mal reden. Justin ist nur ein bisschen buzzed. Yo, Maximum Overdrive. Es ist schon mal die Zeit, hier zu retten, diese Lame Rave. Willst du dich verletzt? Du bist schon ziemlich verletzt, Justin. Und nicht glücklich. Warum hast du heute noch nicht gekommen? Woher kann ich in Arcadia Bay auf einem Thursday? Dane? Dane? Du bist natürlich nicht cool mit trafützieren Dane. Ich versuche, wie ich war. Aber wenn ich sie zusammenkriege, ich kam über zu kreieren wie ein bisschen B****. Nein, es ist eher jemanden, der in pain ist. Entschuldigung, Justin. Aber du bist ein cool, considerate Mann, und du findest jemanden einfach so cool. Minus das Drama. Max, ich weiß, dass ich schwitze, aber dein Gesicht sieht so fucking intense. Und dein Gesicht ist anders. Du okay? Wie geht's ein kurzer Dab? Uh, nein, ich bin cool, Justin. Und ich muss gehen. Vielleicht solltest du irgendwo anders gehen. Ja, Maximus. Du bist richtig. Ich bin nur hier zufrieden. Plus, ich bin zufrieden. Es ist Zeit, um meinen Bord anzelnutzen. Und... ...Grinne. Oh, ja, nein. Super. Ja. Okay. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Warte. Wie ist das denn? Wie ist das denn hier? Ich bin zufrieden. Sie sind ein bisschen zufrieden. Sie sind zufrieden, oder? Sie sind zufrieden. Oder auch. Ja. Ja. Ich bin zufrieden. schön ne also hier ist irgendwie gar nix ok da kommen wir nicht durch da steh ich nicht drauf ich muss da irgendwie rein vielleicht von der anderen seite aber da komme ich glaube ich auch nicht rum hier ist ein aufroller oh ha Okay, jetzt wird gehämmert hier unten im Haus. Das ist natürlich super für den Stream. So, jetzt müssen wir schnell weg. Fuck, jetzt sind wir hier. Hinsetzen, kommen wir mal kurz gucken. Okay? Kate dead, Rachel dead. Enter the Vortex Club. Look at these entitled assholes. They don't give a shit about anybody. Okay. That tornado came right now. I would just sit here and watch for a while. But I have to make sure Chloe doesn't go on her own rampage. I hate feeling this way, dark and angry. Schicker Tanz. So, lass mal wieder aufstehen. So, lass mal wieder aufstehen. So, Juliet hooked up with Zachary again? Zachary, if you mess with Juliet, I will kick your balls on a loop. He 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 he. Noah, I love that Trevor doesn't care how healthy he dances in the VIP-section. That's odd. Bust the move. Trevor. Belt, Electric boom. I know Victoria is next on Nathan's. I'm glad Dana ended up with Trevor. Und mit ihr mal reden? Ja, wir sind. Er ist so anders als Logan. Wir sprechen eigentlich über die Welt. Und er weiß, wie sich zu sein. Ich höre dich, Dana. Aber ich will, dass du Nathan nicht mehr sehen kannst, okay? Ich will, wenn ich Spaß habe. Ich fühle mich noch nicht an ihn. Er braucht Hilfe, aber nicht von seiner Familie. Was wissen Sie von seinem Vater, Sean Preston? Uh, rich? Und rich? Und ein dickhead, according zu Nathan. The Prescott's können nicht eine schöne Familie oder eine schöne Klub. Sieht so, dass du bereit bist für eine Veränderung. Ich brauche keinen Klub, um cool zu sein oder haben Freunde. Schau dich. Und ich mag mit Trevor und seinem Freund von Skater. Kein Drama. Sieht so, wie ein Plan, Dana. Ich bin froh, dass Trevor mit dir heute Abend ist. Danke. Der Junge kann nicht tanzen, doch. Schau dich das. Ich bin froh. Ach, gucken mal. Der Hammer ist ja. So, einmal ansehen. Nein, Logan. Du hast heute nicht mehr Aktion. Oder sogar ein Dance. Hehe. Logan, kann ich dich mit dir sprechen? Max, all right. Ich werde, wenn du die Blut auszuhalten. Ah, nein. Hast du Nathan gesehen? Ich kann nicht sogar Victoria oder Taylor zu twerk. Und du? Als Du, was sie nicht wird, wenn du mit Nathan gehst? copied mit Nathan? Das ist doch. Das ist doch egal. Ich brauche. Du musst deine Eltern hören. Du sollst du jemanden überpasst. Du hast es in der Vortex Club. Du musst es zu tun. Ich brauche es nicht zu essen. Du hast du die ogni. Ich wollte das nicht. Überstand du hast. Du hast du nie gesehen hast. Du hast du dich. Ach du lieber Gott. So, ich muss mal ganz kurz Pause machen, ich bin sofort wieder da. Ich entschuldige. Ich entschuldige. Ich entschuldige, Viktoria, aber du weißt, dass Kate hatte eine Kirchegruppe und dass sie keine Partei haben. Also, warum hast du diesen Video gemacht? Oh Gott. Ich versuche, dass wir noch nicht mehr machen wollen. Dann haben wir ein bisschen Wein und wir sind schuldig. Mehr als schuldig. Das ist ich. Ich schuldig. Kate hat nichts mit dir gemacht. Und das hat nicht zu verhangen, von einem letzten Video zu machen. Ich habe das von meinem Telefon gedreht. Max, ich habe die Kate Marsh sterben. Ich versuche, es war nicht real für mich. Ich habe mich immer gedacht, habe ich das gemacht? Ich habe mich schon so gemacht. Ich glaube, Viktoria. Aber ich verstehe dich nicht. Du hast Talent. Du hast Talent. Herr Jefferson nicht so sprechen. Und er ist Fahnen. Auf der Punkt, Max. Danke für mich wieder zu sagen, dass ich ein paar Talenten habe. Nicht, dass ich immer immer mache. Ich auch nicht. Aber das ist die Wahl du hast. Es ist schwer zu glauben. Aber ich mache nicht immer die beste Wahl. Du denkst, dass wir nicht Freunde sind? Keine Feinde. Keine Feinde. Keine Feinde. Vielleicht, aber... Wer sagt, wir müssen Freunde sein? Wer macht diese Entscheidung? Das wäre uns, Viktoria. Na klar, Max Paulfield. Ich könnte immer wählen, dich in die Vortex Club zu lassen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber nicht wegen der Grund, warum du denkst. Oh, du wirst so ernst. Du wirst so ernst. Viktoria, hör auf mich. Dein Leben ist in riesigen Gefahr. Ich weiß, dass Nathan dein Freund ist, aber... er ist wirklich nicht stabil und gefährlich. Er macht Drogen-Kader-Kamp-Kartier, damit er sich für etwas zu tun hat. Was? Schön, Max. Aber ich glaube nicht. Und warum würde er das tun? Das, das ich nicht weiß. Aber es war genug, um zu machen Kate zu sterben. Und ich denke, du bist dann. Max, das ist verrückt. Nathan ist wie ein meiner besten Freundin. Ja, er nimmt sehr ernst. Aber das ist nicht seine Schuld. Ihre Familie ihn als totaler Freude, nur weil er klein hat. Sie sind nicht mehr klein. Sie sind gefährlich. Ich weiß nicht, ob du mich oder nicht. Du musst mir glauben. Du bist eine große Scheiße für mich, wenn ich mich mit diesem Blatt verletzt habe. Und ich erinnere mich. Max, ich dich nicht mag. Ich glaube, du bist einer der coolsten Leute in Blackwell. Ich glaube, du bist einer der coolsten Leute, in Blackwell. Aber cool. Du einfach noch nicht wissen. Vielleicht bin ich glücklich, weil du nicht schuldigst, was jemand denkt. Und ich bin. Ich bin ehrlich. Nathan hat mich überrascht. Er ist nicht hier. Und ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Es ist sicher, dass du weg von ihm gehst. Und du bist mit deinen Freundinnen heute Abend. Okay? Ich lasse mich bei dir. Und ich habe andere Leute, die ich zu gehen. Für Schutz. Danke für mich zu sagen, Max. Wenn was du sagst ist wahr, dann bist du auch. Ich habe meine eigene Schutz. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Danke, Viktoria. Au revoir. Alles klar. Alles klar, Vortex. Und ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ah, sollen wir mit Taylor noch geschehen? Oder wo gehen wir noch? Nein, wo gehen wir noch? Max? Seriously? What are you doing here? Taylor! Have you seen Nathan yet? If I did, it's none of your business. This is a VIP area, so you should get back to the bleachers. Just keep on dancing for Victoria, Taylor. And stay away from Nathan. Like, thanks for your concern. That's a lot of skills. Huh. I didn't know you were pals with him. I haven't seen him since this afternoon. He seemed pretty upset. I think he's still quite upset over the, uh, the whole Kate situation. Yeah, that makes sense. Let's talk later, Max. I have to announce the winner of the contest. I do wish you would have entered. You have to build up that resume and portfolio, but I know you will. Thanks. I hope so. Okay, excuse me. I'm almost on. Let's get the hell out of here, Max. Okay, okay. Everybody calm down. Thank you. Thank you. I appreciate it. Look, I don't want to get in the way of the party, but it's time to announce the winner of the Everyday Heroes contest. Before I do, I want to thank everybody who entered their photograph and everybody who thought about entering. Now this is the most important step in being an artist, sharing your work with the world. All of you represent Blackwell Academy and everything our school stands for. As far as I'm concerned, you're all everyday heroes. The envelope, please. And the winner is... Come on! Oh, my. What a shocker. Victoria Chase. Oh, my God! Thank you so much, Mr. Jefferson. It was your incredible photography that brought me to Blackwell and I hope I can live up to your name and fame. I also want to thank all the students for being so dedicated in their pursuit. And I'd like to dedicate this prize to the memory of Kate Marsh. She was the real everyday hero of Blackwell. Thank you. You suck, Victoria! Victoria won. Big surprise. I can't believe she blackmailed Jefferson. Yes, I can. Who fucking cares? Rachel is still dead. And I want Nathan's punk ass. Now! Me too. Let's go check out the dormitories. Ah, er lässt sich die Beweise verschwinden, ne? Was? Oder was? Oder was? Eine Befinde? Na? Stop stomping around, Chloe! Right. Just get ready to use your rewind fast if Nathan tries to jump us. Muss ich jetzt selber laufen? Jo. So creepy out here. Ja, wir rennen hier auch nachts schon auf nem Schrottplatz rum. Rachel, I will get your revenge. I swear. Okay, jetzt hab ich mich selber erschrocken. Aber ich spiel mir gar kein Wort auf. You're gonna suffer, Nathan. Mhm. Max, please hurry! She's not there. Oh god, Max, look. She's still there. Don't look, Chloe. Oh, no! Chloe! Look out! What the fuck? Wow! Oh, shit. Oh, shit. Das Gesicht wollten wir auf keinen Seite sehen. Jetzt wissen wir wenigstens, wer Darkroom. So, meine Lieben. Wir haben Kapitel 4 abgeschlossen. 5 werde ich heute nicht noch schaffen. Und dafür ist es schon zu spät. Das werden wir dann morgen machen. Ich lass das noch eben durchlaufen, weil am Ende davon kommt ja immer eine Sequenz. Ne? Und die möchte ich noch mit drauf haben. Ich glaub, das können wir skippen, ne? Ja. So. Okay, hier kann man nochmal gucken, wer welche Entscheidung gemacht hat. Was ist jetzt? Was為in? Okay. Okay. Oh, doctor. So, das war Life is Strange, Episode 4. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder, zur gleichen Zeit, vielleicht ein bisschen früher, mal gucken, wünsche euch einen schönen Tag und bis dahin, bye, bye.